14. Februar 2022, Valentinstag. Valentinstag? Was ist ein Valentinstag? Ich kenne Liebe nicht. Och Bolle, komm, fragen wir mal deinen Kollegen, Aldo. Was soll ich denn sagen? Na, die Wahrheit. Was soll ich denn sagen? Was geht es dir eigentlich? Was heißt das für ein Feiertag? Der Schönste im ganzen Jahr, oder Shorty? Ja, hi. Alles Gute zum Valentinstag. Dir auch, danke. Und auch hier, pure Liebe. So schön, Marvin. Willkommen gleich wieder. Jan möchte auch noch was loswerden. Mein lieber Schatz, meine liebe Tochter, ich liebe euch über alles, auf der ganzen Welt. Ich bin sehr froh, dass ich euch habe. Oh, wie süß. Und Marvin, immer noch voll dabei. Dino, was willst du uns sagen? Ich wünsche natürlich auch ein paar Valentinstaggrüße loswerden. Einen voran natürlich an meine wunderschöne Frau und gleich dahinter an meinen wunderschönen Geschäftsführer Christoph Wittfeld. Na, so geht es doch. Oder, Aldo? Hast du gesehen? Heute liefer Kacke, Jan, oder was? Nein, Kretsch. Ich wünsche allen Paaren und Verliebten einen schönen Valentinstag. Ja, dir dir auch, Bolle, von ganzem Herzen. Und Aldo, bitte, du jetzt auch noch. Hallo, liebe Liebenden. Ich wünsche allen Liebenden einen schönen Valentinstag. Und liebt euch weiterhin so sehr, wie ihr euch jetzt geliebt habt. Und auch für die Zukunft wünsche ich allen Liebenden eine schöne Liebe. Na, geht doch, Aldo. Tschüss. Tschüss. Und euch da draußen einen schönen Valentinstag.